Säuren und Basen begegnen uns nicht nur im Chemielabor, auch im Alltag haben wir täglich Kontakt mit ihnen. Sie bringen hierbei eine Vielzahl an Vorteilen mit sich, aber auch Gefahren, wie folgende Beispiele aufzeigen. Obst stellt aufgrund des guten Geschmacks ein beliebtes Lebensmittel dar. Ohne die sogenannten Fruchtsäuren würde es jedoch ziemlich langweilig schmecken. Man unterscheidet verschiedene Fruchtsäuren, wie beispielsweise die Zitronen-, Wein- oder Apfelsäure, welche erst für den guten Geschmack verantwortlich sind. Die Tatsache, dass Obst außerdem einen wichtigen Lieferanten für Vitamine darstellt, verdanken wir ebenfalls einer Säure, nämlich der sogenannten Ascorbinsäure oder auch besser bekannt als Vitamin C. Im menschlichen Körper befinden sich ebenfalls zahlreiche Säuren. Bei der Proteinverdauung von Lebensmitteln nutzt der menschliche Körper die sogenannte Salzsäure, welche im Magen in einer schwachen Konzentration von 0,5% vorliegt. Säuren können jedoch auch Negatives bewirken. Der im Obst enthaltene Fruchtzucker beispielsweise regt Bakterien im Mund zur Produktion der sogenannten Milchsäure an. Dies schädigt unseren Zahnschmelz. Für dieses Problem hilft wiederum der Einsatz einer Base. Durch den Verzehr eines Kaugummis lässt sich die Milchsäure neutralisieren, da der Kaugummi leicht alkalisch ist. Kohlensäure und Phosphorsäure sind hingegen wieder zwei nützliche Säuren. In Erfrischungsgetränken sorgt die Kohlensäure zum Beispiel für ein Sprudeln und die Phosphorsäure für einen sauren Geschmack. Säuren und Basen finden sich nicht nur in Lebensmitteln und in unserem Körper wieder. Auch im Haushalt sind diese heutzutage nicht mehr wegzudenken. Der alkalische Rohrreiniger erleichtert uns beispielsweise die Säuberung von Abflüssen. Auch in Seifen oder in Backofensprays finden sich Basen wieder. Säuren hingegen werden zum Beispiel als Entkalker verwendet. Nun stellt sich jedoch die Frage nach der genauen Definition von Säuren und Basen, wenn diese uns im Alltag doch so zahlreiche Vorteile bieten. Man unterscheidet zwischen Säuren, Basen und Ampholyten. Für diese gibt es unterschiedliche Definitionen, doch wir beschränken uns hier auf die Definition nach Bronsted. Fangen wir mit der Definition einer Säure an. Eine Säure ist ein Molekül, das aufgrund seiner Molekülgeometrie in der Lage ist, ein Proton abzugeben. Man nennt sie deshalb auch Protonendonatoren. Ein Beispiel für eine Säure ist das Wasserstoffchloridmolekül. Gibt man eine Säure in Wasser, so erhält man eine saure Lösung. In diesem Fall die Salzsäure und es bilden sich Oxoniumionen. Der Begriff Salzsäure ist hierbei jedoch irreführend, da eine Säure ja immer das Molekül ist, welches ein Proton abgeben kann. Da die Salzsäure aber lediglich eine in Wasser gelöste Säure ist, wird sie als saure Lösung bezeichnet. Eine saure Lösung hat einen pH-Wert von kleiner 7. Wie man pH-Werte ermittelt und was diese genau bedeuten, dazu später mehr. Eine Base ist nun sozusagen das Gegenstück zu einer Säure, denn sie kann aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften ein Proton aufnehmen. Basen werden deshalb auch als Protonenakzeptor bezeichnet. Eine Base, die euch bekannt vorkommen könnte, ist Ammoniak. Genau wie Säuren kann man Basen in Wasser lösen und erhält dadurch eine alkalische Lösung, welche in diesem Fall Ammoniakwasser ist. Hier bilden sich jedoch Hydroxidionen. Es gilt also erneut, das Molekül, welches ein Proton aufnehmen kann, nennt man Base. Ist dieses Teilchen in Wasser gelöst, bezeichnet man diese als alkalische Lösung. Eine alkalische Lösung hat einen pH-Wert von größer 7. Ampholyte sind nun in der Lage, ein Proton aufzunehmen oder auch abzugeben, je nach ihrem Reaktionspartner. Reagiert ein Ampholyt mit einer Säure, so wirkt es selbst als Base. Reagiert es jedoch mit einer Base, so wirkt es als Säure. Der wohl bekannteste Ampholyt ist das Wassermolekül. Die ihr schon in den anderen beiden Definitionen gesehen habt, kann dieser Stoff sowohl Hydroxidionen als auch Oxoniumionen bilden. Wie bereits erwähnt, erläutern wir nun die pH-Skala etwas genauer. Die pH-Skala bildet die pH-Werte von 0 bis 14 ab, wobei saure Lösungen einen pH-Wert von 0 bis 7 haben und basische Lösungen von 7 bis 14. Lösungen mit einem pH-Wert zwischen 0 und 3 werden als stark sauer bezeichnet, solche im Bereich von 4 bis 7 sind schwach sauer, solche von 7 bis 11 schwach basisch und von 11 bis 14 stark basisch. Den pH-Wert 7 bezeichnet man als neutral. Doch wie kommt der pH-Wert überhaupt zustande? Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus der Oxoniumionenkonzentration. Das heißt, je kleiner der pH-Wert, umso weniger H3O-Plus-Ionen sind in der Lösung. Zum Beispiel hat eine Salzsäurelösung der Konzentration 0,01 Mol pro Liter einen pH-Wert von 2. Diese Rechnungen sind für euch jedoch noch nicht so relevant. Wenn man nicht weiß, ob eine Lösung sauer oder basisch ist, kann man hierfür sogenannte Neutralisationsindikatoren verwenden. Diese sind organische Farbstoffe, die in Abhängigkeit vom pH-Wert der zu untersuchenden Lösung unterschiedliche Farben zeigen. Es gibt zudem noch einen sogenannten Universalindikator, der durch seine Farbabstufungen den pH-Wert relativ genau anzeigt. Bromtymolblau ist einer der bekanntesten Neutralisationsindikatoren. Der Umschlagsbereich von Bromtymolblau liegt zwischen pH 6,0 bis pH 7,6, von gelb nach blau. In neutralen Lösungen ist er grün. Ein Tropfen des Indikators wird zu den zu testenden Lösungen Salzsäure, Ammoniak sowie destilliertes Wasser hinzugegeben. Nach Zugabe des Indikators lässt sich bei einer basischen Lösung eine Blaufärbung feststellen. Bei einer neutralen Lösung stellt sich eine Grünfärbung ein. Gibt man den Indikator in eine saure Lösung, so färbt sich diese gelb. Bei einem Gleichgewicht zwischen einer Säure und einer Base treten zwei Säure-Base-Paare miteinander in Wechselwirkung. Da Cl- nun ein Proton aufnehmen kann, ist Cl- die konjugierte Base zur Säure HCl. Analog verhält sich NH4+. Es kann nun ein Proton abgeben und ist somit die konjugierte Säure zur Base NH3. Die Protonenaustauschreaktion, auch Protolyse genannt, führt zu einem Gleichgewicht. Das heißt, es stellt sich ein festes Verhältnis zwischen Edukten und Produkten ein. Wo das Gleichgewicht bei der Reaktion einer Säure oder Base, zum Beispiel mit Wasser liegt, ist von der Stärke der Säure oder Base abhängig. Wie genau man dieses Gleichgewicht ermittelt, erfahrt ihr jedoch erst in der 12. Klasse. Wir hoffen euch hat das Video gefallen. Wisst ihr die Antwort auf die folgenden Fragestellungen noch? Wenn nicht, seht euch doch einfach nochmal die entsprechende Stelle im Video an.